Die Reparatur von diesem kaputten Autoschlüssel sollte mich 286 Euro kosten. Wie ich es für 3,99 Euro in weniger als 10 Minuten selbst repariert habe, zeige ich in diesem Video. Bei meinem Autoschlüssel ist der Schlüsselbad kaputt. Er ist nicht mehr fest am Gehäuse und fliegt durch die Gegend, wenn man den Klappschlüssel öffnet. Die freundliche Fachwerkstatt möchte für die Reparatur 286 Euro haben. Ganz schön viel Geld. Der hohe Preis kommt dadurch zustande, dass die Werkstatt hier eigentlich gar nichts repariert, sondern nur einen komplett neuen Schlüssel verkauft oder verkaufen will. Der neue Funkschlüssel muss dann kodiert und von der Werkstatt an das Auto angelernt werden. Das ist für die elektronische Wegfahrsperre nötig. Eigentlich ist ein komplett neuer Autoschlüssel aber gar nicht nötig. Es geht auch viel einfacher. Hier in meinem Fall ist nur der Schlüsselbad abgefallen. Die Elektronik der Fernbedienung funktioniert noch. Auf den ersten Blick könnte man denken, dass der Schlüsselbad abgebrochen ist. Bei genauer Betrachtung können wir aber sehen, dass dies nicht der Fall ist. Hier fehlt lediglich ein Splint, ein kleiner Sicherungsstift, der den Schlüsselbad am Gehäuse befestigt. Es passiert wohl häufiger, dass sich der Sicherungsstift lockert und dann irgendwann komplett herausfällt. Wenn wir das rechtzeitig vorher bemerken, können wir uns jede Menge Ärger ersparen. Aber auch wenn der Schlüsselbad bereits komplett ab ist, hat das Internet eine einfache Lösung. Dafür braucht es auch keinen komplett neuen Autoschlüssel. Es gibt nämlich passende Ersatzsplinte zum Kaufen. Ich habe für diese vier Stück beispielsweise 3,99 Euro inklusive Versand bezahlt. Und das ist schon recht viel, denn eigentlich sind das Cent-Artikel. Genau genommen handelt es sich hier auch nicht um einen Splint, sondern um einen Spannstift oder um eine Spannhülse. Die Begriffe werden aber im Internet nicht so genau genommen. Wenn wir also für unseren kaputten Autoschlüssel passenden Ersatz suchen, dann können diese Suchbegriffe helfen. Klappschlüssel Spannstift, Splint, Hohlsplint, Spannhülse, Sicherungsstift zur Befestigung vom Schlüsselbad. Auch die Automarke sollten wir bei der Suche mit angeben, um passenden Ersatz zu finden. Die Reparatur ist dann sehr einfach und in wenigen Minuten erledigt. Auch ohne spezielles Werkzeug. Den Spannstift setzen wir ein und schlagen ihn dann fest. Dafür gibt es im Prinzip auch besonderes Werkzeug, nämlich einen sogenannten Spannstift-Durchschlag oder einen Splint-Treiber. Der muss die passende Größe haben. Es geht aber auch ohne spezielles Werkzeug, indem wir den Spannstift einfach mit einem kleinen Hammer einschlagen. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, einfach eine Zange zu nehmen und damit den Spannstift hineinzudrücken. Ein wenig Kraftaufwand ist dafür aber nötig. Der Schlüssel funktioniert jetzt wieder einwandfrei. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.